UNTERTITELUNG Du hast schreckliche Dinge getan. Das kannst du doch nicht leugnen. Ich möchte es nicht. Ich bin eh bald weg. Stella, die Amis lassen keine Reihen. Hier ist eh bald Schluss für euch. Bleiben Sie mal stehen. Papiere. Sie kommen jetzt mal mit aus Präsidium. Ich bin übrigens Rolf. Viervierteljude. Rolf ist eine echte Granate. Kennkarten, Pässe, alles. Ich kann euch auch solche Ausweise besorgen. Für mich hat der Freundschaftspreis gemacht. Du bist eine sehr besondere Frau. Ich weiß. Sie ist ein Freund. Ich kann das nicht machen. Das kannst du. Ich kenn dich. Es ist leider teurer geworden. Ich brauche 2000 mehr. Ich kann das nicht machen. Du bist eine Hüte, nein? Wo wohnt er? Ich weiß es nicht. Angeblich läuft eine blonde Frau immer gut auf unserer Region. Ausweise hätte ich gern mal gesehen. Mach's. Stella, bitte. Wir sind doch Freunde. Du hast mich aufgewicnt. So sind die Zeiten. Geh mit oder geh unter. Hau ab schnell, jetzt überall Gestapo. Wir machen doch genau das, was du machen wolltest. Stella. Im Namen des Volkes ergebt folgendes Urteil. Stella, das Leben fliegt doch gerade erst an. Klingt wunderbar.